Na, wer kann sich noch daran erinnern, wie das damals war mit diesen Weihnachtsmärkten. Der große, geschmückte Baum in der Mitte, die kleinen Verkaufsstände für Glühwein, Lebkuchen und gebastelte Weihnachtsdekorationen. An der Ecke vielleicht ein Chor, der fröhlich Weihnachtslieder gesungen hat. Und wenn man viel Glück hatte, gab es Schnee, man konnte Schneemänner bauen. Aber was ganz Besonderes für die Kinder, das waren immer die Eisenbahnen im Schaufenster der Spielwarengeschäfte. Und natürlich die große Mitfahreisenbahn, die es auf so ziemlich jedem Weihnachtsmarkt in der größeren Stadt damals gegeben hat. Wollen wir hoffen, dass es auch bald wieder so sein wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe, dieser kleine Weihnachtsgruppe, Von meiner Seite hat euch gefallen und euch so viel Spaß gemacht, wie ich beim Drehen des Filmes hatte. Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit. Genießt die Weihnachtsfeiertage so gut es eben geht und kommt gesund in das nächste Jahr. Vielleicht sieht man sich hier oder da mal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Ich wünsche euch vielen amen.